Ja Leute, was geht, herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video, mit dabei ist heute der liebe Brox Was geht ab? Der liebe Tobi Was geht ab? Und der liebe Kevin, was geht? Was geht ab? Was geht ab, Leute, was geht eigentlich heute ab? Folgendes haben wir vor, wir haben ja bereits Heidenz-Sigens im Labyrinth gespielt und ich habe gedacht, ganz ehrlich, warum machen wir nicht das krasseste Labyrinth aller Zeiten? Wir bauen einfach ein Labyrinth über 6, 7 Etagen, Leute, ja? Bauen erstmal ein Grundradius und bauen das dann, wie gesagt, so als Hochhaus mit Fenstern und allem drum und dran, wo auch zwischen den Fenstern sind, Treppen nach oben, nach unten, komplett random, das heißt, wir können das jetzt komplett aussehen. Scheiße, wir sind Teams gecued Ja Leute, da würde ich sagen, gehen wir doch erstmal ganz kurz alle nach Tilte drunter und zerstören doch da erstmal richtig, oder? Ich meine... Da kommt einer, rübergelaufen Ach, Digga, er hat wieder zählt, hier, Alter Wollen wir klatschen in ihr? Ja, alles klar Der wird mich widigen Jungs, ihr F*** ist voll, Alter Ich gebe den Ball mit der Shotgun Und der hat 10.000 sind hier Warte, den muss ich finishen, Digga Oh, wo schießt du hin? Wo schießt du es? Stärke Runde, dann sieht auf jeden Fall wieder die Konsolen, Kinder sind hier wieder am Parry Ich würde sagen, Leute, jetzt können wir dann auch direkt die Spielsiese Spielwiese Tobias, mach die Spielsiese Spielwiese Ich baum dir ein Lamarind, Alter Ja, es heißt Labarind, Mann Labarind, Alter, wasch Labarinds, du? Okay Angela Wir bauen erstmal... Kann ich ganz kurz ausreden? Danke, Jungs Ja, hau alles raus Ich baue ganz... Ich baue ganz kurz die Grundfoundation Also quasi ein Quader Darauf kommen 6 Etagen Da können Treppen hoch und runter in dem Gebäude rein Fenster zwischendrin sein Und so weiter und so fort Und in diesem Hochhaus von... Ich würde sagen, jetzt machen wir 10 Etagen einfach Muss man sich verstecken Ihr dürft erstmal keine Waffen suchen Sondern erstmal wird gebaut, Leute Tobi? Hört sich gut an Warum nehme ich noch mit Tobi auf? Wir reißen ganz schnell das eine Haus ab Und dann haben wir genügend Platz Kommt, Jungs, Abriss-Trupp Oh, warte mal Ey, wir reißen das falsche Haus ab Okay, macht mal hier alles frei Wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz hier Hey, ich mach mich gern Warte mal Hör auf damit, Morange Kevin, ich weiß ganz genau, dass du das bist Ich dachte, wenn ich nichts sage, sondern fisch, jo Ach, da haut doch die Minecrafts hier jetzt gut aus 4, 5, 5 Aber ihr müsst halt auch schon hier mitbauen Und Werter Trottl hat die Holzwände benutzt, Mann Kevin! Ne, ich will, ich war's nicht Ne, ich will, ich war's nicht Ich will, ich war's nicht Leute, ich muss euch was beichten Was? Ich hab Holz gebaut davor Beißstück aber nur Leute, wenn ihr weitere Aufnahmen ohne Tobi sehen wollt, dann lasst ruhig mal einen Daumen nach oben da Wenn du weitere Aufnahmen ohne dich sehen willst Tobi, es ist mein Kanal Das funktioniert so nicht Hör auf, Kevin Stahl zu bauen Okay, ich werde mal, ich nehme zu Kevin Stahl Carsten Stahl Was ist denn mit Carsten los? Okay, Leute, seid ihr ready? Hä? Ich komme ja nicht mal raus ohne... Kevin! Ich habe so viel rummediziert, ich wusste gar nicht, wo es rausgeht Leute, unser 3, 4-stöckiges Labyrinth eigentlich, 4-stöckiges Labyrinth Labyrinth ist fertig, Leute, unser Labyrinthaus und ich würde sagen, auf geht, die Zelle runter von 20 und ihr müsst euch verstecken Wir machen das erstmal ohne Editieren und dann schauen wir weiter Ey, ohne, einfach ohne 19, 5, 18 Wach, wach, wach 3, 2, 1, ich komme Oh nein Okay, Digga Boah, das ist so schwer Wo geht der nach oben? Ah, hier Das gibt's doch nicht, Digga Ey, ich... Er saß direkt um die Ecke Der arme Junge Oh, 0 Hey, weg ist... Wir haben das so gut geschaut, ich bin doch unbekannt, wie wir hochkommen Ich wusste gar nicht, wo es geht Wird ihr so schabend zereinfallen? Helfen die jetzt beim Suchen oder... Eigentlich schon, ja? Suchst du damit mehr Tobi? Ich bin so gut versteckt Entschuldigung, ich habe Autismus Höh, Alter Jungs, ihr seid die größten Flaps, Alter Oh oh, ich habe einen gesehen von euch Okay, die Frage ist erstmal, auf welcher Etage gammelt Tobi Er ist da gerade im Baum, irgendwie, hä? Ah, ich seh dich Ah, ich hab ihn Ich höre ihn Hey, er ist weg, hä? Was? Ja! 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 Alter Das ging aber übel Oh mein Gott Au, ich hab einen Klapp gefahren Ich würde sagen, Kevin sucht dieses Mal Oh mein Gott, okay, das war auf jeden Fall schon mal richtig krass Vor allen Dingen, Digga, Brox läuft mir direkt vor die Flinte Und Kevin springt runter und kriegt direkt einen Headshot Ich wusste einfach gar nicht, wo es hoch geht Kevin, Kevin, nimm den Loot hier, nimm den Loot hier Das sind alles deine Items, die du benutzen darfst Aber ich habe jetzt eine Lootstrecke Okay, Kevin, bist du bereit? Bis 30 Bis 30, okay? Okay Eins, zwei, drei, go Oh, Luft! Eins, zwei, drei, vier Wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier Ach, das hier, 19 28, 29 Okay, let's go Irgendwann seid bestimmt oben Nee, ich muss einfach nicht nach oben kommen Du musst es gerade auch nicht vernahmen, bist nicht dein Team Nein, du musst weiter links Echt? Sieht er mich? Ja, noch sehe ich gar nicht So nicht, ne? Oh, nein, Mann Ey, okay, Walk, lass wetten, die auf die Rände vorbei Hm, nicht einmal, safe nicht Doch, doch, doch Echt, ich sage nur zweimal Hast du es eben gerafft? Ja Oh, da ist noch einer drin, oder? Das ist so, das ist so schlecht Nein, nein, nein Hä, hast du Tobi nicht gesehen? Tobi ist neben dir vorbeigelaufen, Alter Ich dachte, er hätte nur ihn gesehen Oh, mein Gott, okay, Brox, das war echt ein Scheißversteck Ich dachte, Kevin ist ein Holzkopf Lass Tobi suchen Ja, bin da dabei Oh, oh Ich glaube, man muss echt mehr mit dem Labyrinth spielen Ey, für dich? Der Shotgun und dem Ritter und der Prow Ihr Süßen Ah, vielleicht ist es ein Mindgame Ja, ich sehe dich, du drehst hier im Kreis Hä? Du drehst dich wieder nach rechts Hä, warte, 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 warte Er sieht mich, er sieht mich Er muss irgendwo hier sein Welche Etage bist du Dritte? Ja, unten, unten Ganz unten Ja, ja, ich bin in der Also, ersten Etage, erste Etage bin ich hier Wieso drehst du dich die ganze Zeit im Kreis? Ernst, Tobi? Ich bin so ein krasser, halt, der Siegboss Wo hängt der hässliche Ich sehe Revi auch noch Siehst du mich noch, Tobi? Nein, du bist nicht Okay, warte, er kann uns von hier aus Der ist Revi wieder da, wo Kevin ist Er kann uns von hier aus sehen Ich bin ein Boss Er kann uns von hier aus sehen Er kann uns von hier aus sehen Versteht ihr? Ihr müsst da auch ein bisschen Mindgames mit mir spielen Verstecken ist nicht nur verstecken und suchen, Mann Okay, wo hängt dieser Typ? Wo hängt der? Hä, wie komm ich da rein? Nein, wohin? Hast du mich gesehen? Ja Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme Wo ist er denn? Er war hier, er war hier irgendwo Wer hat die editiert? Ich nicht, hier drin oder so Irgendwo hier drin Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme Aber wir konnten uns dann grad eben sehen Hallo Revi Hä? Schau, war er nach links Aber wo war er denn jetzt? Hab ihn! Hab ihn! Hier vorne! Hier vorne, er läuft! Ja, hol ihn! Hol ihn! Hol ihn! Hol ihn! Ja! Er ist der Lob! Er ist der Lob! Ja! Oh mein Gott, Alter! Einzig Champion! Ich war erst oben auf so einer Etage Hab ich so Löcher durchgesehen Und dann bin ich runtergelaufen Wenn ich mich oben gesucht hab Okay, ich würd sagen Tobi, jetzt suchst du Und wir laufen wieder rein Dreh dich um Tobi Und zähl 1 Bis wie viel? Bis 30 1, 2, 3, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 22, ich komm Und 20, 25 So Leute Ich werde jetzt Stinkbomben Das war ja ganz schön knapp Ja, ja Tobi Ja? Was würdest du da Also, wenn du an mir vorbeigelaufen bist gerade Ja, was? Wann? Ja Was? Bin ich an dir vorbeigelaufen? Au, wer ist denn da? Bin ich denn da? Tobi, geh nochmal zurück zu dem Einkaufswagen Nein Geh nochmal zurück zum Eingang 1 zum Einkaufswagen Ja nicht Warum? Ey, die Stellen fallen auf Sebastian Sag dir mal, die dürfen das nicht Jungs, alles weiter Alles super Digamass Das war immer ultra zu verstecken Es war saude super, dass du bei mir warst Ich werde das beim nächsten Mal wieder nutzen Tobi Verrat keinem was das war Ne, ne, sag ich nicht Komm her, ich geb dir eine Waffe Aber Tobi, du bist trotzdem am Anfang bei mir vorbeigelaufen Weil ich saß direkt im Busch neben dem Eingang Du bist jetzt rein bei mir vorbeigelaufen Die sind bei mir in der Nähe irgendwo Ja, ich hab sie gerade auch gehört Ich hab sie gerade auch gehört Nein Alter Oh, ich seh die Falle hier, ich seh die Falle Fuck, aber war saustark Oh Alter, nein Alter, nein Junge, nein Oh Mann Du bist so schlecht Nice Der sitzt hier neben der Falle Ich hab ihn gerade spektatet Ah Ist ja nicht dein Ernst du Camper Box ist dran mit suchen würde ich sagen Okay Ich hab den Goldschlau versteckt Tobi besser als meins gehts nicht 3 3 Ja, Alter 4 5 6 19 20 Ja komm rein, los Okay, ich komm rein Tobi, meinst du mein Versteck ist scheiße oder gut? Hm, also gerade hab ich dich nicht wirklich gesehen Okay, okay, okay Komm Brox Komm rein Komm rein Ich bin ja gerade schon am Start, Digga Komm rein Kevin komm mal Alles klar LOL Hä? Was? 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 Oh mein Gott Warte mal, wie konntest du meinen Kopf da durch sehen? Ja, du warst voll rot, Mann Wie? Aber das Ding ist, ich wollt mich da auch schon mal verstecken Ja, du hast halt einen Runden Skin im Busch Deine Augen leuchten Bei mir konnte man den Kopf durch nicht sehen Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also ich hab dich auch nicht durch die Wand gesehen Ich bin immer runtergesprungen, hab mich umgedreht und hab dich gesehen Oh, damn, schade, Alter Ich würd sagen Ich suche nicht einmal, oder? Ja Ja, ja Ich hab Warten, versteckt euch? 3, 2, 1, ich komme Ach Revi, da läufst du einfach vorbei Und bei mir auch vorbeigelaufen Ach Revi, da guckst du mich sogar an und gehst dann weiter Er troll safe, er troll safe Ja komm jetzt gleich zu euch, mach so Ah Ihr seid gar nicht hier, Digga, ihr seid nicht in diesem Baum Überall wo ich bin, markier ich jetzt mit Graffiti Alter, Eis eben hier, oder? Kevin, ist das dein Ernst? Hast du mich nicht gesehen? Ich hab dich so angeguckt, als du gesprüht hast Überall wo ich war, markier ich mit Graffiti Ich guck, ich guck ihn so an, warte so Und schieß ihn dann erst ab Ich hab ein guter Schreck, das wird schwer für dich Das ist so verwirrend It was at this moment that he knew He fucked up Ah, ich hab dich, ich hab dich, ich kann nicht schießen, ich kann nicht schießen Ich hab ne Waffe Wo hängst du, Brox? Hey, wir treffen uns alle drei immer wieder Mach mal Sounds Boah, das wär zu fies, das wär zu fies Hallo Warte, die ganze Zeit hier in der Ecke? Ja So simpel So simpel, oder? Aber hier guckt man halt nicht hin Leute, ich würde sagen, eine letzte Runde Brox, da du grad verkackt hast, okay? Also du hast gewonnen eigentlich, deshalb musst du jetzt suchen, okay? Okay Sooo Okay Brox, wir warten auf dich Ja, ich bin jetzt fast drin in dem Dingern Ich lauf grad hin Wer baut hier? Ey Jungs, nein oder? Ey Kevin, hast du mich eingebaut? Ist das dein Ernst? Ich weiß nicht, ob ich Rewi gefunden habe, also ich seh ihn nicht so ganz Der ist ziemlich gut eingebaut Hast du dich grad runter editiert? Wer baut hier? Rewi baut uns einfach überall durch Ich seh die Braut, die stürt und so Wo ist der? Ah ja Ah Komm her Ah 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 Wer ist jetzt schon alles gefunden worden? Rewi Rewi noch nicht gefunden? Doch doch, aber er ist ja grad weggelaufen Den Sucher hat er getötet Welche Etage, Rewi? Er ist so schlecht wie hier rum sneakt und denkt ich will ihn nicht sehen Ja okay, du hast mich, du hast mich, du hast mich Hey Okay Leute, Tobi hat das krasseste Versteck von allen Ehrlich? Ja, ich glaube wirklich das ist das helfteste Versteck, Leute Wir haben jetzt noch 8 Minuten Zeit um ihn zu finden Und wir suchen nach einer Wenn ich die 8 Minuten schaffe Dann lauf ich nach durch mein Dorf Ah ja genau Und nach was suchen wir? Nach mich, nach mir Nach mich Findest du mich safe, weil sowas gibt es nicht oft Einfach dahinter Erdgeschoss ist, glaube ich, safe Er ist, glaube ich, Zweite Okay Lass mal Zweite durch Cam Zweite durch Cam, Jungs Zweite, damit meint ihr die Erste, die nach dem Nach der Wiese kommt Die Erste Etage ist eine Treppe hoch Zweite Etage ist zweite Cam, hast du den Namen vielleicht doch verdient? Erdgeschoss ist mir schon klar Aber gerade eh meint irgendjemand Erste Geschoss wäre das hier Erste Geschoss ist nicht Erdgeschoss Erste Geschoss ist das Erste Geschoss nach dem Erdgeschoss Nein, jemand meint das Zweite Geschoss und das wäre das hier gewesen Ja, das ist das Dritte Erste ist zweites Geschoss Drittes Geschoss Unten ist Erdgeschoss und hier ist das Erste Hä, Tobi? Ja? Glaube ich bin da, wo du geschickt hast Hast du dich auch mal bewegt? Nee, ich bin immer noch da, wo ich... Ah! Oh! Oh, Junge, Alter Hinter der Türe hier Leute, das war's von diesem wunderschönen Video Schaut auf jeden Fall bei Kevin, bei Tobi und natürlich auch beim lieben Brocks vorbei Wenn ihr mehr von diesem wunderbaren Labyrinth-Videos sehen wollt Smash auf jeden Fall den Live-Button Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß dabei Und ja Leute, das war's Haut rein, bis zum nächsten Mal Wir sehen uns, macht's gut Auf Wiedersehen Ciao, ciao!